Willkommen zurück, Leute, zu einer neuen Folge Pokémon Legenden Arceus. So, wir sind jetzt bei Nebenmissionen. Wo sind wir angekommen? 51! Okay, bis 50 haben wir durch. 51 rosige Absichten von Shinobu. Shinobu bittet dich, ein Pokémon auf die Hamanasu-Insel zu bringen, das jeweils eine Sichel an beiden Armen hat. Und der möchte bestimmt ein Sichlor von uns haben, könnte ich mir gut vorstellen. So, hier im Obsidian-Grasland. Erstmal Grasland-Basis. Also ich denke mal, dass es das Sichlor sein wird. Das würde mir gerade so spontan einfallen. Und hier hinten, am ersten Kampffeld, finden wir die Sichlor. Ich hoffe, dass die auch nachts da sind. Ja, da hinten ist eine in Rage geraten. Ich probiere das mal zu fangen, wenn wir zwei mal schon da sind. Level 42. Ich werfe direkt mal einen Hyperball, weil ich glaube, es wird die Attacke von uns nicht überleben. Das hat geklappt. Super. Drei von vier Sichlor gefangen. Jetzt können wir da auch gerade mal gucken. Sichlor. Haben wir sogar schon vervollständigt. Sehr gut. Da ist noch eins. Das können wir vielleicht auch gerade noch fangen. Wir haben uns hier gefangen. Das gibt auf jeden Fall noch Punkte, wo wir im Level aufsteigen. So, und jetzt auf die Insel. Wir kommen echt gut voran gerade mit den Nebenmissionen. Dann laufen wir das letzte Stück. Hier haben wir ihn. Bitte fang es und bring es her. Okay. Ich glaube, wir müssen das abholen. Moment. Dann einmal hier zum Lager. Wir brauchen eines unserer Pokémon. Und zwar legen wir Garados Level 24 einfach mal ab. Und nehmen mal unser Level 42 Sichlor mit. Okay. Und dann auch ein neues. Das sieht gut aus. Da können wir direkt durchfliegen. Und Sturzflug. Und jetzt müssen wir das hier hinwerfen. Hat er das jetzt gesehen? Hast du das Pokémon mit den Sichelarmen etwa wirklich gefunden? Bitte zeig es mir. Wo hast du deine Augen, Mensch? Das war doch gerade da. Perfekt. Mit diesen scharfen Sicheln wird meine Arbeit in Windeseile erledigt. Das ist unser Level 40er, 42er Sichlor. Das wollte ich euch nicht hergeben. Siehst du all diese Hammernasorosen ringsum, die auf der Insel blühen? Ich muss jede einzelne dieser Blüten pflücken und mitnehmen. Was? Okay. Er will das Sichlor wirklich von uns haben. Warum machst du das? Meine Frau will umgeben von Hammernasorosen leben. Um ihren Traum zu erfüllen, schneide ich alle Blumen ab, die ich hier finden kann. Ähm. So meinte sie das nicht? Ich glaube, sie wollte... Ich glaube, sie wollte einfach umziehen wahrscheinlich. Kann das sein? Wie? Was? Verstehe. Ich hätte einfach welche pflanzen sollen. Welch ein unheures Missverständnis. Oh mein Gott. Er wollte hier wirklich alle Blumen abschneiden. Ich meine... So viel Vasen hat er doch wahrscheinlich gar nicht zu Hause. Ich danke dir. Zum Glück bin ich dir begegnet, bevor ich alle Blumen hier abschneiden konnte. Ich werde die Blumensamen von hier mit nach Hause nehmen und sie gemeinsam mit meiner Frau dort einpflanzen. Mach's gut. Keine Belohnung? Doch, ein Meistersamen. Rosige Absichten. Abgeschlossen. Sehr schön. Ach, ich glaube, ich laufe hier mal ein Stück. Wir brauchen ja immer noch ein bisschen Geld. Vielleicht hier ein paar Pokémon noch mitnehmen? Oh nein. Okay, vielleicht noch nicht. Kämpfen möchte ich jetzt eigentlich nicht. Es ist ausgebrochen. Sorry, ich muss hier durch. Relaxo. Guten Tag, Relaxo. Oh. Hyper, aber er fliegt nicht so weit. Können wir das fangen? Ich meine, wir haben glaube ich schon einen. Okay, wir haben schon einen Relaxo. Ich dachte, wir probieren es einfach mal so zu fangen. Hm, das wird wohl nicht so einfach mit mal ein paar Poké-Dollar verdienen. Vielleicht hier. Ein paar kleine Waumpeln. Sind die beide ausgebrochen? Eins nochmal gefangen. Eins nochmal gefangen. Oh nein, das will auch wieder kämpfen. Oh nein, das will auch wieder kämpfen. Die hauen hier ab. Nicht abhauen. Das ist auch wieder ausgebrochen. Unglaublich. Ah, hier unten. Die zwei können wir auch noch mitnehmen. Okay, haben wir nochmal zwei gefangen. Oh, sieben schwere Exemplare gefangen. Na gut. Zwei, drei Pokémon haben wir gefangen. Acht Stück. Wie viel bekommen wir? Ah ja, wir haben noch ein Sichlor gefangen. 3.600. Sehr schön. So. 40 Punkte. Und zurück ins Dorf. So, und damit ist auch diese Aufgabe wieder erledigt. Und wir sehen uns bei der nächsten Aufgabe in der nächsten Folge. Macht's gut, Leute. Und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.